Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 und dem Beagle. Mr. T ist uns voll auf den Fersen. Sage ich doch. Kann ich dem irgendwie, ähm... Au! Nee, ich kann dem nicht ausweichen. Hat der sich den Hut gerichtet? Lemurensohn. So, ich muss, auch wenn er hier ist, ich muss einmal kurz an meinen Kischt in der Hoffnung, dass ich da irgendwie... Ja, 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 ja. Und dann hier. Ja. Nicht, dass ich's schön finde. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Gut, dass ich das in der Bibliothek nämlich schon gemacht habe. Gut, dass ich das gemacht habe. Ey, gut, dass ich das gemacht habe. Das hätte mir sonst jetzt den Arsch gekostet. Ich finde übrigens, es gibt eine Mod, wo aus Mr. X Chris Redfield wird. Und sie machen sich ja so einen Joke draus, dass man Claire und Leon ziemlich hart schippt. Oder was? Okay, egal was da hinten ist, I don't care. Und dass Chris dann quasi zu Leon geht und sagt, welcome to the family, son. Oh, äh, nein! Nein, nicht in den... Ich hatte mal keine Heilung, aber jetzt... Arschloch. Gut, ne? Ich meine, hier kommen die nicht rein, weil der Ort wichtig genug ist. Oh, Alter! Das tut auch kaum weh, ey. Kaum. Ne. Was? Scheiße, Mr. X ist schon hier. Das geht mir ein bisschen zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Fuck. Bleib raus. Ich bin hier noch nicht durch. Guter Mann, ich bin hier noch nicht durch. Bitte komm hier nicht rein. Nein. War das nicht richtig? Warte mal. Doch nach oben. Irgendwas habe ich übersehen. Ich bin mir gerade nicht sicher was. Hä? Muss ich unten doch das große Zahnrad einsetzen? Muss ich mal kurz ausprobieren, Leute. In der Hoffnung, dass Mr. X nicht gleich hier reinkommt. Er tut's aber. Er tut's aber. Er tut's aber. Scheiße, was muss ich hier machen? Leute, was muss ich hier machen? Kacke, was muss ich denn hier machen? Ah. Ach, okay. Ja, mach's ruhig noch lauter. Selbst der letzte Depp hat noch nicht mitbekommen. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Nee, glaub mal, Leon. Du musst dir eher Sorgen machen, dass nicht noch der letzte Zombie in Raccoon City es gehört hat. Ich weiß gar nicht, kann Mr. X hier... Ich will gar nicht wissen, ob er hier reinkommen kann oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich werde das Kraut da hinten Kraut sein lassen. Jetzt nur strax da hinten hinrennen. Und hier außen... Und hier außen... Snusstrax... Nach ganz unten gehen. Um noch da hinzukommen. Wenn mein Plan aufgeht, ey. Was ist hier denn? Alles blau? Ja. Ich hab so ne Angst. Ich hab das Spiel wirklich schon zwei, dreimal gespielt und Mr. X macht mir immer noch Angst. Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Mr. X ist einfach mega gelungen. Holz. Steck dir dein Holz sonst wohin. Und da unten hab ich nichts mehr. Er kommt von da hinten. Alles Klärchen. Leck mich am Arsch. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Jetzt nehm ich hier lang. Leck mich. Leck mich. Hab ich eigentlich mein... Ja, hab ich noch. Und tschüss. Ich glaub hier hab ich in der Tat erstmal ein bisschen Ruhe. für Mr. X. Sag mal, warum ist das hier eigentlich noch... Rot. Was hab ich konkret hier übersehen? Ne, hier drin ist alles... Das ist irritierend. Was hab ich denn hier übersehen? Das würde ich schon gern wissen, was ich hier übersehen hab, weil, ähm... Mir wird ja auf der Karte auch nichts so weit angezeigt, ne? Der Zwinger... Der Zwinger ist in Ordnung. Ich müsste hier auch alles so weit erledigt haben, als dass ich mich mal kurz hier in Ruhe umgucken kann. Überhaupt nicht creepy, ne? Wie er so die Tür aufgerissen hat. Der Transformator-Raum ist auch rot. Was hab ich denn hier übersehen? Ne, warte mal. Der ist jetzt blau. Also nur noch quasi der Gang, wo ich nicht wüsste, wo ich was übersehen haben sollte. Weil hier kann man ja auch keine Kristalle oder so sammeln. Hm. Eigenartig. Ja, okay. Nicht eigenartig. Hab ich hier irgendwo in der Nähe... Was ist eigentlich hier mit? Ich glaube, diese Tür ist nicht für mich bestimmt. Ja, die Tür ist, glaube ich, nicht für mich bestimmt. Ist okay. Ich will das nicht mischen, weil... Scheiße. So, ich möchte jetzt aber noch mal kurz nach da unten. Ne, da komme ich ja gar nicht mehr nach da hin, wo ich hin wollte. Das muss ich, äh... Kann ich erst viel, viel später machen. Fällt mir gerade auf. Ach, naja. Ne, der Raum ist... Ist clear. Der Raum ist clear. Sag mal, ist... Kann das sein, dass da irgendwas drin ist? Hier? Ja. Was, hab ich irgendwas übersehen? Hm. Wie haben die? Oh, geil. Soll ist grüßen. Das fühlt zu nichts. Reicht das nicht? Oder was wollt ihr jetzt genau von mir? Reicht das nicht? Ja, hast du doch schon gesehen, Mr. T. Was... Aber... Was wollen die denn jetzt von mir? Das ist eine hochinteressante, brisante Frage. Ach. Nee. Ich weiß nicht, was die von mir wollen, so konkret, wenn ich ehrlich bin. Okay. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Oder wie? Wollen die mich verarschen? Nein, das ist auch nicht, was sie wollen. Oder? Nee, warte mal. Äh. Ich glaube, ich weiß schon, was sie von mir wollen. Ich weiß aber nicht, wie ich das mache. Okay. So mache ich es. Erst mal gucken, was der so für mich hat. Ben's Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Bio-Waffe. Von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier umher wandert, die haben ihn wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Irgendjemand hat mich gern. Das reicht aber nicht aus. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Komm, Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Das ist gut. Ich werde mir jetzt keine Pistolenmunition machen, weil ich mir eigentlich lieber Schrotmunition machen möchte, wenn ich ehrlich bin. Was sind die hier? Das sieht von mir aus. Er erwischt mich. Nein, 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 nein. Ich bin doch vorbei. Und just, 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 ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich schätze, du hast die Karte? Ich weiß ja, Ada soll mysteriös wirken und so, ne? Aber mal ganz im Ernst. Wer trägt denn bitte in Gebäuden Sonnenbrille? Na, und? Ja, du bringst Chloes Stimme aus Uncharted. Kannst du die Tür zufällig aufmachen? Offensichtlich kann sie das. Ich finde es halt witzig, dass sie daran festgehalten haben, ihr das Kleid anzuziehen. Dabei sollte das doch damals nur dazu dienen, dass sie so geheimnisvoll, geheimagentenmäßig drauf ist und so. Kombinieren. Ja, hat schon eine Ausrüstung rare gesät. Äh, ich hab gehört, dass der Part zu Ende ist. Wir sammeln aber erst noch hier alles ein. Brief an den Ladenbesitzer. Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und dann andere Wege sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Chill, Valentine. Ach, herrje. Oh, schon alles? Na gut. Dann mach ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben minimal Ruhe vor Mr. X. Aber nur minimal. Erstmal. Für eine Schrecksekunde. Nicht, dass es nicht noch schlimmer wird. Das Ding ist, je weiter man in Resident Evil reinkommt, umso schlimmer wird es. Und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass sie in den neueren Teilen diese ätzenden Verfolgungsjagden nicht mehr drin haben, dass man permanent unter Strom stehen muss. Okay. Haut rein.